Wir waren einmal im World Wide Web in einem Chatroom aufradeln. Da haben wir ein bisschen zu viel Wehen gegoogelt und sind auf einmal ganz Virus geworden. Der Papa und die Mama waren auf einmal komplett kompatibel und die Mama war total bedienerfreundlich. Dann habe ich gesagt, ok, net.com, Windows zuziehen und ab ins Mausbett. Wie der Papa mit seinem Upload bald fertig war, fast fertig war, es war eh nur ein High-Speed-Account. Habe ihm ganz leise ins Ohr reingeflüstert, dass ich gar kein Feier mal installiert habe. Der Explorer ist schon losgekommen und hat seinen BM-Zeig bei mir aufs Matterport abgelogen.